Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Corona, das trojanische Pferd der teuflischen Machteliten. Doch was war vor Corona? Ich glaube, wir waren auch vor Corona, auch schon in diesem Geflecht, in dieser satanistischen Umgebung gewesen. Aber jetzt mit Corona kommt es natürlich ans Licht. Also habe ich da jetzt noch mal hier was ein bisschen gemacht dazu. Könnt ihr gerne schauen bei VK, bei Vichu, die sich den Trailer bei WEG News TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.